dann bezahlen wir eben die gleich die 72 ich kann auch jetzt einfach durch hinterhoffen dass es keiner erwischt hier was ist nein da kommt einer hat uns nicht gesehen oder wohl die gangster weißt du ja so mehr die gangster und dann steht hier einer hinter der tür weißt du gehst rein hallo sie müssen gold bezahlen ich hab dich erwischt hier steht sie ihr trefft euch mit einer randes wo ist das draußen irgendwo da draußen riesen bücher regal krank treiberschein schreinerei jetzt auch noch ein buch tagebuch ist das hier noch und da das ein riesen bücher regal dann mache ich das gleich aber die habe ich schon alle gelesen ok gut ok raus da ich bin wieder drin draußen ist ja drin draußen ich bin auch drin draußen hier links sind wachen da auf dem deck hatte was weil ich bald ich bald ich sucht den fuß des turms von tell mora was da unten müssen hast du es auch gekriegt schon nein was auf der läuft dann noch oder es war nicht alles macht um strafe zu bezahlen nach 64 ja so viel geld aber jetzt auch nicht ich will es auch langsam sparen und nicht immer irgendwie für also bei mir ist es schon auf 72 runter aber ich habe gern 60 müssen jetzt müssen jetzt hier hoch da gibt es auch eine neue quest ich bin trotzdem schneller als du ja wenn ich auch nicht reite ich weiß ja nicht wo du hin willst hier bösartige wucherung hier ist ein quest gegenstand das ist das sehr eklig sage ich ja das sind gedärme keine ahnung nur da unten wieder rein ach ich renne schon wieder in der falschen richtung ja dieses kompass ist total doof ja weil du immer die deine kompass richtest ich habe dir gesagt richtig in die namen kommt das nach dem kompass soll ich mir die ausstellen nein die kannst du nämlich ausstellen die kompass meinst du wenn du zum Beispiel jetzt die quest suchst durch das questlog zum beispiel dann siehst du ja in der nähe ob die quest da ist dann zeigt er nämlich auch an ob das eben unten oder oben ist ja alles gut ähm jetzt wieder zurück wo schickt die uns denn hin hier hin und her hin und her grauenvoll na ich will kloppen und nicht hier die ganze zeit flüchten jetzt bin ich 564 kaufgeld äh jetzt müssen wir ach hier daneben gleich pass auf der ist da ja mendeleis 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 ne mendeleis hieß der ne mendeleis wohnt hier hier waren wir doch schon mal ne ich war in so ner hütte schon mal da wurde ich angegriffen da wurde ich angegriffen hier ist auch mal zum lesen folgt den hinweisen um mendeleis in führe aufzuspüren hier oben sind die hinweisen oder jetzt müssen wir raus hier sind die hinweise da drüben ein bisschen baden hier naja hoffst du keine wachen dann wendels notizen okay dann geht es hier weiter hier doch gar nicht genau mir ist doch egal jetzt fehlt es wieder für uns beide jetzt fehlt es wieder für uns beide ja manchmal ist es komisch ne manchmal ist es so wahrscheinlich Dinge die sonst verschwinden würden weißt du denk ich mal achso pass auf hier ist so ein assassiner der assassiner aber nicht mehr so guck mal hier drüben ist auch ne wat geht zum schreien von esotan und da können wir auch gleich mitmachen ja hier bin ich vor allem hingerannt deswegen okay hier ist fein eisenerz bitteschön na wie schön kronenstein ist hier zack hier sind irgendwelche kreaturen klangband zwillicht schwinge das wieso heißen die klangband noch ein bescheuerte name gibt es nicht oder das nicht die fliegenden fischer die viele auch als kätzer ja genau das oh da eh trott die frau läuft erst mal weiter und ich kämpfe erst mal in so'n scheiß boah sahler ja ich bin hier hochgelaufen ja ich bin hier hochgelaufen ja könnts doch machen hab den ja geschafft ist doch alles kein thema für mich ja easy peasy ne irgendwie seine quest sein findet seitan rendo wo ist das denn hier ist ein stein ach da warte ich hab die gerade angegriffen weil er alles denkt beziehungsweise alles angreift dass der lump der kreft alles an ja du darfst ich habe gerade was gelesen so hier ist noch seiten eure eltern was haben mich geschickt trefft seiten rendo der ist dann wieder da gut gut können wir die quest weitermachen was auf über schnell da aber bald müsste ich auch mal verkaufen wieder gehen uns für eine katze weißt du uns fehlt echt so eine katze sind so ein pet wo man mit verkaufen können ja ich glaube das ist schon cool ich glaube die kriegst du nur durch bestimmte sachen ist mir so vorstand ist ein auge haben wir das schon was ein auge ach doch der hannoturm ja den haben wir schon ja da wolltest du mich abfackeln oder was du kleiner arsch ich glaube sehr wohl nicht wo bist du denn ich wollte hinter dir sein aber du warst weg ja ich bin schon längst hier drüben hallo ich bin hier drüben ist nämlich der hinweis zerrissener stoff und kriegst du ja eh oder dann müssen wir jetzt hier in die höhle oder ein ding sowas aber ja ich bin wo ich die tüche an haben das klatschen das will ich gar nicht wissen willst du gar nicht wissen warum nicht das ist doch lecker oder schon wieder so eine dämliche höhle wieso heißen die eigentlich schwarzschnecken weil die so lahm sind oder was sprecht mit men wendel doch kein minderes bindet nerandes okay vor allem diese lilanen pilze hier immer ne ja ist doch geil wieder pilze die machen eigentlich so richtig stoned ist doch wie bei avatar hier hui alles blau ja wo lang geradeaus oder geradeaus ne jetzt gehen wir rechts jetzt trennen wir uns schon wieder oder was nein ich gehe nur rechts um zu gucken ob es hier auch nichts liegt ach so ne dann sagst du das dann warte ich wieder auf dich jetzt bringt hier da eine hier lauter gegner bei mir waren die nicht da das hat die eine da mitgebracht heute geradeaus voll buff tot also die klüfen damit du das auch merken kannst du es in verzauberung ja die klüfen die klüfen die du da manchmal sammelst das sind verzauberung ja? Zauberung. Ja, die habe ich schon selber hergestellt, mein Lieber. Ich bin nicht hinweise darauf, wo das Gift zu finden ist. Okay. Na, hier drüben ist es doch. Mitteilung über Forschungsding. Bumms, keine Ahnung. Das sind schon blöde. Weiß ich nicht. Gut. Dann müssen wir eh lang, siehst du. Wann kann ich eigentlich einen beißen? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich kenne mich damit nie aus. Oh, was ist jetzt hier? Nichts. Okay. Gift. Okay, nach Telmora. Gut, ich bin wieder zurück. Okay. Der Blondel vorbeugt. das wie ein hund und oder katze echt natürlich nämlich den hunden die katze oder du nimmst die dämliche katze gemacht hat mein allererstes tier wie funktioniert das eine sammlung muss in der sammlung machen ja mach das doch bitte draußen nicht hier hier kommen überall gegner nun mal so nebenbei du musst level abhauen ja dann hast du deinen hut was für eine katze das ist eine rattenfängerin 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 ist die rattenfängerin von haben wenigstens sieht die nach was aus ja wie eine katze wie eine katze bei manchen spielen sehen die katzen nicht aus wie eine katze endlich das ist kitty kabor gut dahin dahin siehst du jetzt habe ich fast einen halben zoo der katze und welche komischen fliegen die ich hier schmeiße so mal jetzt habe ich nicht so pferd katze bär wie musikarten stahl hier ja genau bremer stadtmusikanten aber war da ein bärbein nein nein natürlich nicht es war eine kuh und esel glaube ich da wieso ein hahn hund äh katze und esel und hahn und vogel auch naja ein hahn halt oder 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 müssen hier irgendwas machen wo ist er denn hier ja fast so schlimm wie mutter ich bin kein kind mehr glaubt mir ich würde lieber die ernte einbringen aber du wirst denn die mutter ist sie lässt mir keinen augenblick ruhe lässt mir durch ich muss nur mal verschlafen jetzt mal die mit ihren stimmen mädtis orden der ist da hinten leute immer dieses laufen hier ja folgst du mir ja warte ich muss erst annehmen mhm 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 da war ein schrei ich muss auch verkaufen ja dann geh mal verkaufen erstmal ja ja aber angreifen kann ich erst mal ey ja echt mal schlimm gut dann gehen wir schnell verkaufen ähm die frage wir sind ganz oben rechts ja so wibig mhm also zum besten ausleeren ey genau bin auch voll ja als erstes gehe ich ha 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 haben sie nicht noch aaaaah stimmt wir haben noch Kopfgeld das dauert aber ewig oder da hab ich jetzt gar nicht mehr da dauert das ewig mit dem scheiß Kopfgeld aaaaah jetzt habe ich 33 Münzen gezahlt du bist abschaum weil du mir mich armer schlucker ja noch ein geld anbettelst man sammelt doch zum teil echt nur müll oder das hebe ich mal auf wird wenn man die die das hebe ich mir auf jeden fall auf gibt bestimmt mit dem pad Was sind die? Was sind die Maximalstufe beim Handwerken? 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 Was ist die Maximalstufe beim Handwerken? Was sind die Maximalstufe beim Handwerken? Was sind die Maximalstufe beim Handwerken? Was sind die Maximalstufe beim Handwerken? Was ist die Maximalstufe beim Handwerken? Was ist die Maximalstufe beim Handwerken? Aber das wird ja gar nicht angezeigt, ne? Die werden ja gar nicht angezeigt. Scheiße. Das ist echt komisch. Ach, ich habe vorhin gar nicht alles verkauft. Was ist die Maximalstufe beim Handwerken? Fuchsrotes Großohrkätzchen. Das ist bestimmt auch voll süß. Steht nicht da, siehst du? Noch 35.000. Na ja, ist halt so. So, wohin? Ab, zurück. Ach, du bist da schon. Ich habe gesagt, ich warte auf dich. Tell, wo war. Ich bin schon da. Bommi. Hast du jetzt den Hühnchen schon? Wo bist du? Da. Nee, ich habe mein Hühnchen noch nicht. Nein. Ich weiß doch gar nicht, wo überhaupt meine Anzeige ist. Ach, hier oben ist sie. Ah, 86% habe ich, Alter. Du hast zwei Level überholt. Wie? Mit zwei Level. Ah, nee, nee. Alles gut. Das nächste Level. Also ich habe sogar noch eine Levelschriftrolle. Die habe ich extra abgelegt. Alles gut. Ähm, ja. Einfach den Weg folgen. Ich überhole dich gerne. Und das nur weil, wo du Blümchen suchen warst, ich die ganze Zeit Mops gekloppt habe. Ey, das ist doch mal gut hier. Oh, ich hasse, dass das die hier manchmal einfach wechseln. Naja, das sind aber die Schurken. Das sind aber die Schurken. Sammelt weitere Beweise. Hier ist noch Mertis Tasche. Ja, damit. Abgeschlossen. Was kommt jetzt? Das war's. Das war's. Okay, da zurück nach Talmora. Kann man gleich hier lang reiten. Einfach geradeaus durch. Oh. Oh. Ich hoffe, er hat heute schon runter gespürt. Ja. Ja. Yeah. Hallo erstmal. Wie geht es euch? Wie geht's gut mit dir? MMs. Redest du? Na, mit die hier drinnen. Mit die hier drinnen. Findet Lane, okay. Sag mal, immer ist irgendeiner von denen weg. Also, habt ihr nichts besser zu tun, als verstecken zu spielen? Ach doch. Findet den, findet den. Und wer findet mich? Hier. Steht hier vorne. Siegt Savarak. Oh, Leute. Alles klar. Ist das der abgehauen? Wir dürfen den wieder einfangen. Ja, den töten wir jetzt. Ich bin wieder so gemein. Ja. Gut, dass du das nicht vorlesen darfst. Hör auf, die Menschen im Chat zu ärgern. Ich bin wieder auf. warte mal warte mal ach schweiz die wohnsinn ist doch zu weg schweiz ist zu weit weg schade na denn angriff warte mal 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 warte impacte warte mal 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 warte mal